Ja Leute, ja und zwar möchte ich ein Thema ansprechen. Früher gab es ein Report, also im Report System gab es ein Report von wegen irgendwie aus dem, also Scout aus dem Bus schieben oder Panzer wegschieben oder irgendwie sowas gab es früher auf jeden Fall. Und diesen Report hat Wargamy rausgenommen. Also es müsste doch möglich sein, per Software zu berechnen, wer wen gerade irgendwie absichtlich irgendwo hinschiebt. Und wenn dann so ein Report rausgeschickt wird, also das heißt, wenn ich rausgeschoben werde und das System merkt, ein Panzer drückt einen anderen Panzer weg, guckt euch das mal bitte an. Guckt euch das bitte an. Was soll der Scheiß? Was soll denn der Mist?